Ich hatte mich schon gewundert, dass Jupiter mich abends in den Gorgonen nicht mal mehr grüßte. Aber dann erfuhr ich, dass es Penthesilea tatsächlich gelungen war, einen römischen Stamm auf ihre Seite zu bringen. Der römische Stadthalter war ganz vernarrt in sie. Ihr allerdings ging es mehr um das Eisenerz, das dieser hatte, und sie nicht. Natürlich wurde die abtrünnige Siedlung sofort attackiert, und Penthesileas Kriegerinnen mussten Beistand leisten, bis der Stadthalter genügend Eisenerz rausgerückt hatte. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.